Das Herz ist ein sehr sensibles, feines Wink-Organ-Feld. Es ist sehr, sehr stark, sehr, sehr kräftig. Und wir wollten euch einladen, uns mit dem Herz gemeinsam zu verbinden. Die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen. Und der Feld des Herzens ist 60 Mal größer als unser Feld des Kopfes. Und man kann es überall in unserem Körper spüren, messen sogar mit Instrumenten. Dieses Feld, das unsere Brust herum sich ausbreitet, in alle Richtungen, mehrere Meter. Kommuniziert. Kommuniziert. Spricht. Empfindet. Tauscht sich aus. Klapsch. Und Ihren. Und averages. Und Rustes. Tuch, das Lied ist. Passt. Kannst du nicht, wen? Kannst du nicht. Visa State. Tauscht. Stell dir eine Farbe vor, deines Feldes. Wie bewegt sich dein Liebesenergie? Wie trifft dein Feld, mischt sich mit dem Feld des Menschen neben dir? Dieses große, warme, gefälsame, spürselige Feld, das Energie auch ab. So, was mensch war, gewohne von unserem Kleid, ist nicht unser eigenes Leben, den wir oben. Es ist, spüren uns alle zusammen. Uns alle zusammen, mit unserer Herzen. Hier. Wir gehen uns gut. Hoffentlich. Wir können unseren Feld verbinden und den ganzen Raum damit erfüllen. Erfüll. Das Ganze gut. Erfüll. Das Dorf erfüllen. Die Gemeinde. Erfüll. Erfüll. Die Menschengemeinschaft. Die Lebensgemeinschaft. Hier. Alles ein und alles muss. Alles ist verbunden. Geht. Der Änder spielt jetzt einen Ton, der die Herzenergie unterstützt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.